Das Hotel Avikenna liegt in Istanbul in Istanbul. Das Hotel Avikenna ist sehr beliebt unter den Gästen. 96% empfehlen das Hotel weiter. 101 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,9 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5,6 von 6 Sonnen vergeben. Service 5,3 von 6 Sonnen vergeben Gäste für den Service des Hotels. Dieser lässt keine Wünsche offen. Hotel allgemein Die Gäste fühlen sich wohl in diesem Hotel. Zustand und Sauberkeit des Hotel werden mit 4,8 Sonnen bewertet. Gastronomie Die Hotelgäste sind sehr zufrieden mit den kulinarischen Angeboten des Hotel und vergeben. 4,7 Sonnen von 6 Sonnen Zimmer Insgesamt zeigen sich die Gäste zufrieden mit den Zimmern des Hotels. 4,4 von 6 Sonnen werden hier vergeben. Sport und Unterhaltungsprogramme Das ausbaufähige Unterhaltungs- und Sportprogramm des Hotels bewerten die Gäste mit 2,1 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.